Natalia Gonçalves Miranda, 28, lässt ihre Fans nicht länger warten. Im Mai dieses Jahres bestätigte die ehemalige Kandidatin von der Bachelor, dass sie endlich ihren Mr. Heid gefunden hat. Nach erfolglosen Flirts in verschiedenen Lating-Shows konnte die Brünette ihren Beziehungsstatus auf vergeben updaten. Ihren Partner hatte ihre Community bisher aber noch nicht zu Gesicht bekommen. Das ändert sich nun, Natalia teilte die ersten Bilder mit ihrem Liebsten. Auf Instagram können die Follower jetzt zwei Pics bestaunen, die Natalia und ihren Freund eng umschlungen und in stylischen Sommeroutfits zeigen. Die 28-Jährige schmeckt sich auf den Aufnahmen eng an ihren Liebsten und genießt es ganz offensichtlich, mit ihm vor der Kamera zu posieren. Mein Seelenverwandter schrieb sie zu dem Bildbeitrag und machte damit einmal mehr klar, wie ernst es zwischen den beiden ist. Auch ihre Fans sind total begeistert. Wow, so ein tolles Paar, lautet nur einer von vielen begeisterten Kommentaren. In einem Jahr beantwortete Natalias Freund vor einigen Wochen bereits Fragen ihrer Netz-Gemeinde, damals allerdings noch undercover. Die Fans interessierte vor allem, ob die zwei auch heiraten wollen. Zu 100 Prozent. Ja, war die mehr als eindeutige Antwort. Kein Wunder, immerhin liebt er einfach alles an der Beauty. Für Sorge, Kraft, Ausdauer, Disziplin, Organisation, zählte er ihre positiven Eigenschaften auf. Tipps für Promiflash? Einfach i-mailen, tipps-at-promiflash.de Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020